Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Fire Road. Und wir sind hier irgendeinem Labor. Hallo, du. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Mein Fossil? Ammonitas! Äh, nein. Okay, danke schön. Haben wir noch ein Fossil? Blablabla. Ah, und Bernstein haben wir noch. Ja. Und ich glaube, da können wir einfach schnell rein und wieder raus. Ja, es tut mir leid, dass ich es so lange nicht mehr aufgenommen habe. Weil ich war jetzt eine Woche lang krank. Und ja, jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber das passt schon. Hallo, du da. Was, du Blablabla. So und so habe ich zwei neue Pokémon. Dankeschön. Ich mag die Musik. Love, Biotch. Äh, Pokémon? Ja, das sieht nicht schlecht aus. Heilen wir mal alle zuerst. Blablabla. Prim, 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 prim. Ja. Dankeschön. Meine Pokémon sind doch immer topfit, wenn sie nicht gerade sterben will. Wobei sie können ja gar nicht sterben. Bewegen. Ach, du bist Level 5. Wie süß. Und du bestimmt auch. Nein. Ich möchte nur den Bericht lesen, was du so kannst. Du kannst nur Flügel schlagen. Du kannst nur... Ah, super. Aber ich werde meinen Raichu wieder mitnehmen. Und du bleibst hier. Ähm, aber ich möchte... Das Item, egal. Nein. Das Item von dir haben, nehmen. Und wir geben es Raichu. Okay. Okay, okay. Und dann gehen wir in die Arena. Ich weiß nicht, ob Shoni sie schon gemacht hat. Aber... Er ist, glaube ich, gar nicht da. Ja. War er da schon drin? Das Pokémon-Haus. Warte mal. Kann ich meinen kleinen... Haben wir irgendein... Haben wir irgendetwas... Elektromäßiges? Nein, haben wir nicht. Wir haben ein Item... Für meinen... Was sind denn die... Normalen Item? Es werden nach einem Pokémon. Okay, dann nicht. Wo sind wir hier? Und was tun wir hier? Hallo, Statue. Ja, drück hier mal. Wer würde es nicht tun? Jeder normale Mensch. Muck, Muck. Ich verpiss mich lieber. Tschüssi. Hallo, Duda. Du willst mit mir kämpfen. Du findest keinen Weg nach draußen. Aber links oben geht es die Treppe runter, mein Freund. Du Dieb, du. Ja, die sind jetzt natürlich alle stärker als ich. Dann buddel ich mich mal ein. Right, you. Das ist sehr tief, ich weiß. Aber es bringt nicht sehr viele EPs. Aber es bringt nicht sehr viele EPs. Ja, da wusste ich, dass ich den nicht besiegen kann. Hey, lass mein Brain Ruhe. Reh, 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 Reh. Oh, Donnerblütz. Ja, es hat sogar gereicht. Gut. Nein, 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 nein. Meine Beute. Tja. Verkriegen wir sie dich jetzt? Nein. Ich kann mittels des Schaltes Türen öffnen. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe keine Ahnung, wohin ich möchte. Da gibt es ein Item. Ich will auch noch das... Ich habe schon eins. Das habe ich bisher gesagt. Den Akani. Ich liebe meine Akani. Es ist toll. Es ist schön. Es ist stark. Es ist heiß. Hallo. Zink. Toll. Können wir wenigstens verkaufen. Radikal. Hi, Carl. Wo ist Lenny? Dummer Witz. Ich weiß. Ja. Ja. Ja, das kann ich angreifen. Schön. Dann bunnen wir uns mal wieder ein. Mhm. Mhm. Das bringt nicht sehr viel. Dann mal Donnerblöds. Ja, das bringt schon eher was. Ähm. Und schon wird Haichu aufgelevelt. Nämlich... JETZT. Lenleiner 30. Und das lernt natürlich nichts. Aber... 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 Trank... Tranky Trank. Hm. Oh, super Trank. Reicht schon. Blub. Hey, warte mal. Warum ist mein Akani zuletzt? Okay, weil es den höchsten Level hat. Aber dann müssen wir das auch austauschen. So, dass ihr nach Leveln gehen könnt. Und dann... Ein Buch. Tagebuch. Mew. 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 Was hier oben? What is here? Ich habe jetzt eigentlich keine Lust hier überall herum zu... Irren. Und diese Verbluchen... Haben ja keinen Schutz. Nein, verdammt. Warum komme ich nirgends hin? Oh. Ach, du dummes Vieh. Radikal ist so ein ödes Pokémon. Das ist ne Ratte. Ne... Ziemlich... Fette Ratte. Mit dem Namen Karl. Ach, man, 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 man. Dann aber blöd. Ja, klar. Mew. Schickes in die ewigen Jahrgründe. Bams. Tschüssi. Pipp, 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 pipp. Noch ein Tagebuch. 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Dass sie dann Mew getauft haben, offensichtlich. Und hier sind überall Steine. Oh, ein Radfrau ist doch wie süß. Das ist so dumm, um dich zu entwickeln, kleines Ding. Pipp, 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 pipp. Kalzium. Noch mehr Drogen. Oh, ist schon wieder ein Vulkan. Hallo, süßes, kleines Ding. Ich will dir nicht wehtun. Aber du machst meinem Raichu Angst. Darum gehen wir jetzt. Tschüss. Äh, ha, ha, ha. Warum trägt's eigentlich so'n beschissenen Hut? Fällt mir jetzt erst auf. Naja, egal. Das soll ich über die Schnee tragen. Ja, ist nichts. Super. Dann gehen wir mal da unten die Treppe hoch. Wap, wap. Kanon. Bip, 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 bip. Noch so einer. Dieses Gebiet hier ist riesig. Ja, es sieht nach einem ziemlich großen Haus aus. Und du bist wie ein Dieb. Wohl, Nona. Level 38. Respekt, Alter. Oh, swish. Und ich paralysieren wir es? Nein, natürlich nicht. Und es verwirrt uns. Das mögen wir doch so sehr nicht. Raichu ist verwirrt. Ja, es setzt ihn trotzdem ein. Gut. Habe ich es gut erzogen, auch wenn es lange nicht mitkommen durfte. Armes Ding. Ein Schleuer. He, 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 he. Ui, 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 ui. Donner Blitz. So, jetzt besiege es. Komm schon. Nein. Nein, nein, nein. Ja, jetzt würdest du paralysiert. Pup, pup. Du bist immer noch verwirrt. Du verwirrst dich jetzt. Ach, nein. Du attackierst dich jetzt nicht selbst. Das finde ich schön. Ja. Super. Simon. Tschüss. Tschüss, Simon. Die geben ganz schön Geld. Dein Partner ist ein Stock tiefer, du blöder. Cranky Trank. Ja, ich verballer jetzt mal einen Hyper-Trank. Nur für die 18 K-P mehr. Sechster Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben das Mewtwo getauft. Top-Trank. Ich finde ich mal ein sinnvolles Item. Und hier kommen wir nirgends mehr weiter. Dann aktivieren wir hier wieder den Schalter. Äh, wir aktivieren den Schalter, habe ich gesagt. Weg mit dir. Fick dich doch. Sorry, aber echt. Ich hasse dieses Ding. Ach so, komm. Komm schon, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss doch schon nicht sagen, wo lang es geht. Ja. Toll. Mach schon. Schneller, bring's um. Ja, du hast natürlich eine Beere. Wo auch immer du die gefunden hast, Kleiner. Kleiner. Ist ja ein Mädchenradikal. Ja. Tschüss. Bam. Level 32. Lernst du jetzt was? Nein. Dumm. Schalter. 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 Wer wird es nicht tun? Ich. Habs getan. Oh nein, wehe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du Gasklumpen, du. Wisst ihr was? Nein. Hoch. Ich bin jetzt ein Itemradar einsetzen. Aber. Nein. Aber. Dazu habe ich keine Lust. Hallo. Mein Mentor lebt einst hier. Meiner nicht. Karel. Was sind das für ein Name? Okay. Hier können wir nicht so viel anfangen. Ich setz mal Dragonir rein. Dragonir. Verwirr mich nicht. Nein. Äh. Drachenwut. Und macht ganz schön Schaden. Finde ich gut. Ja. Du hast mich paralysiert. Super. Du bist ganz toll. Slam. Bist nicht sehr tief, aber macht doch nicht schlecht Schaden. Tschüss. Level 33. Okay. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Wir haben zwar nichts erreicht, aber naja. Doch. Zwei Pokémon haben jetzt. Also bis zum übernächsten Mal, Leute. Tschüssi.